Motorola, Moto G100 oder Samsung Galaxy S20 FE, das fragen sich viele von euch. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Produkte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Produkte unter dem Video verlinkt. Design Im Bereich Design gewinnt das Galaxy S20 FE eindeutig mit 84 zu 61 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Ist staub- und wasserdicht, 17 Gramm leichter, 1,3 Millimeter dünner, 8,6 Millimeter kürzer und 17,3% geringeres Volumen. Das Moto G100 hat auch seine Stärke und folgenden Vorteil. 0,5 Millimeter schmaler. Bildschirm In der Kategorie Bildschirm gewinnt das Galaxy S20 FE eindeutig mit 71 zu 49 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Besitzt bruch- und kratzfestes Glas, OLED- bzw. AMOLED-Bildschirm, 33% bessere Bildwiederholungsrate, 638 Nits heller, hat ein Display für HDR10+, 1333-fach höheres Kontrastverhältnis und Bildschirm ist immer an. Das Moto G100 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 1% höhere Pixeldichte, 5% höhere Auflösung, 3,1% größere Bildschirmgröße, besitzt ein IPS-Panel und verfügt über ein HDR10-fähiges Display. Leistung Bei der Kategorie Leistung ist das Galaxy S20 FE mit 96 zu 90 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 7,4% schnellerer Prozessortakt und nutzt HMP. Das Moto G100 hat auch seine Stärke mit folgenden Vorteil. 4GB mehr Arbeitsspeicher. Kameras Im Bereich Kameras sind beide Smartphones ebenbürtig mit 75 Punkten. Das Moto G100 hat bei folgenden Eigenschaften bessere Werte vorzuweisen. 2,6-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, eine Blitz-LED mehr und hat eine Frontkamera mit zwei Linsen. Bei folgenden Punkten hat das Galaxy S20 FE überlegene Werte vorzuweisen. 33% mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 41% bessere Qualität der Videoaufnahme, schnellerer Fotoautofokus durch Phasendetektion bei Fotos und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Audio. Im Bereich Audio ist das Galaxy S20 FE mit 58 zu 33 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Hat eingebaute Stereo-Lautsprecher und hat ein Radio. Das Moto G100 hat auch seine Stärke mit folgenden Vorteil. Hat einen 3,5 mm Klinkenstecker. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das Galaxy S20 FE eindeutig mit 95 zu 65 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. Kann kabellos aufgeladen werden und kann andere Geräte kabellos aufladen, Reverse Wireless Charging. Das Moto G100 kann auch Punkten und folgenden Vorteil. 11,1% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Galaxy S20 FEH scharf mit 87 zu 86 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 1.2 aktuellere USB-Version, hat ein Barometer, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und unterstützt Galileo. Das Moto G100 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 7,5-fach schnellere Downloads, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, unterstützt 5G und 15-fach schnellere Uploads. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Samsung Galaxy S20 FEH das Motorola Moto G100 mit 87 zu 75 Punkten eindeutig. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Handys unten verlinkt. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like, wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.